Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man das Samsung Galaxy A34 5G ausschalten kann. Und ich denke mal, ihr habt es schon mal merkt, wenn man die Ein- und Aus-Taste hier länger gedrückt hält, dann kommt der Sprachassistent Bixby. Aber wie schaltet man das Telefon aus? Dafür brauchen wir neben dem Ein- und Ausschalter auch die Leiser-Taste. Und wenn wir diese beiden Tasten jetzt zusammen gedrückt halten, kommt das Ausschaltmenü. Danach klickt er nochmal auf Ausschalten und nochmal auf Ausschalten. Und das Telefon fährt herunter. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Telefon auszuschalten. Dafür scrollen wir hier runter, scrollen nochmal runter und dann haben wir auch hier das Ausschalten-Symbol. Klicken wir nochmal drauf und wir sind im Ausschalten-Menü. Dann zweimal, wie gesagt, auf Ausschalten tippen und das Telefon schaltet sich aus. Aber es gibt die Möglichkeit, auch diese Ein- und Aus-Taste hier als echte Ein- und Aus-Taste zu belegen. Zeige ich euch mal, wie das geht. Dafür scrollen wir hier mal runter, gehen dann hier auf das Symbol für die Einstellung. Dann scrollen wir nochmal ein bisschen runter zu dem Punkt Erweiterte Funktionen. Und hier gibt es den Punkt Funktionstaste. Das ist im Übrigen der Name, den Samsung jetzt für diese ehemalige Ein- und Aus-Taste gegeben hat. Klicken wir mal an. Und hier können wir entscheiden, was passiert, wenn wir eben diese Funktionstaste gedrückt halten. Aktuell aktivieren wir Bixby damit, aber wir wollen ja das Ausschalten-Menü haben. Klicken wir mal an. Und das heißt, wann immer wir jetzt diese Ein- und Aus-Taste oder Funktionstaste länger gedrückt halten, kommt nun das Ausschalten-Menü. Wir stehen hier auf Ausschalten und nochmal auf Ausschalten und das Telefon fährt herunter. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Ist eine riesen Unterstützung von meinen Videos. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos gemacht mit ein paar Tipps und Tricks und so weiter und so fort, wenn ihr interessiert seid. Oder könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.